Jetzt ist es generell, wie verrückt, dass wir weiterhaben. Ach, sie rammt ohne nieder. Die haben gute Chancen draußen, wirklich wahr. Ist ein Wahnsinn, gell? Jetzt bin ich zurück. Das ist richtig gesund. Und dann bin ich auch mit dem Korn. Ich bin immer noch in der Hand, aber ich bin noch ein paar. Ich bin noch ein paar. Und jetzt habe ich noch einen Bekanis mit dem Fuß. Und genau wie die Große aufgenommen hat. Hinterhackseln in der Höhe. Komisch, aber sie frisst leidenschaftlich gern, frisst schon wieder was. Hopp, auch gestürzt. Jetzt frisst die große, das ist ein Brombeerblätter. Und jetzt frisst die große, das ist ein Brombeerblätter. Vielen Dank.